Der Gerinnungshemmer Xarelto von Bayer wird unter anderem bei Operationen eingesetzt, um lebensgefährdende Thrombosen zum Beispiel in der Nähe des Herzens zu verhindern. Das Präparat gilt als der große Umsatzmotor des Leverkusener Pharma- und Chemiekonzerns. Doch nun sind Zweifel an seiner Unbedenklichkeit aufgekommen. Wie der Spiegel berichtet, sind im laufenden Jahr bereits 968 Fälle unerwünschter Nebenwirkungen mit 72 Todesfällen aufgetreten. Im Vergleich zu 750 Verdachtsberichten und 58 Todesfällen im gesamten vergangenen Jahr. Dabei bezieht sich das Nachrichtenmagazin auf Daten des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das Institut habe aber darauf hingewiesen, dass ein Zusammenhang zwischen Arzneimittel und Nebenwirkungen nicht sicher belegt ist, hieß es in dem Spiegelbericht weiter. Die Anleger heute trotzdem etwas verunsichert. Die Bayer-Aktie unter den größten Verlierern im DAX mit knapp 2% Minus.